Das BBW ist schön und Hauswirtschaft ist halt sehr vielseitig, deswegen gefällt mir sowieso hier. Was ich hier so besonders toll finde, dass es für mich auch sehr gut ist, um zu sehen, dass ich daraus was lernen kann, so beruflich und dass sie auch so was wie familiär vorkommen, sag ich mal. Dass ich mich auf jeden Fall sehr wohl fühle und das finde ich cool. Im Fachbereich Bekleidung ist es am schönsten, dass man Kundenbedienung macht, dass man Kundenarbeit macht, dass man neue Freunde findet und dass man sich auf was selbst nehmen darf. Mir gefällt Keramik wegen der Farbe und das Auftragen, das Ausarbeiten und Ausgießen von Metallen und die Abwechslung. Ich mag die Drehmaschine gerne. Ich habe auch Interesse zu bohren. Das macht mir alles sehr großen Spaß. Mir gefällt am besten die Reservierungs- und Rechnungsbearbeitung, die Gästebetreuung und vor allem die Teamarbeit. Ich bin stolz auf mich, dass ich halt ein Schachbrett gemacht habe, so für uns, ein eigenes. Am BBW gefällt mir am besten, dass man halt, egal wer man ist, was man macht, man hat immer irgendwas, wo man dabei ist. Der Fachbereich Farbe, das ist so familiär, wie so eine zweite Familie. Wir helfen uns gegenseitig, wenn wir Probleme haben. Gemeinsam schaffen wir alles. Das ist einfach ein besonderer Ort hier auch. Ich bin froh und auch erschützt zu sagen zu können, ich mache hier eine Ausbildung. Hier ist für jeden offen. Das war's für jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020